Also, Stock. Unsterblichkeit. Wohin gehen wir? Wirklich? Aber wie kommen wir da hin? Über einen Friedhof? Gruselig. Ha, Fried... Fried... Friedhof. Du kannst nicht lesen. Natürlich kann ich das. Das ist Gras, das ist der Himmel, das ist ein Stein. Siehst du, ich lese. Zum Friedhof geht's da lang. Offensichtlich. Nein, 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 nein. Wir brauchen sie nicht. Er will, dass ich mitkomme. Oder? Geh einfach nach Hause, Mädchen. Das geht nicht. Da gibt's Probleme, wegen denen ich Dinge getan habe, die ich wohl besser nicht getan hätte. Oh, du hast jemanden umgebracht? Nein. Ich will auch mal was Großes vollbringen. Wie du. Ich weiß, nein, ich... Naja, ja, aber... Ach, wie oft wird lesen können schon gebraucht, hä? Gut. Ich sagte gut. Hey, Assistentin. Kommst du, oder was? Oh, und wohin jetzt? Oh, du wirst schon sehen. Amen. Hahaha. Hahaha.